Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Wir haben gerade den 68. Tod hinter uns. Gegen einen Baum. Sieht auch noch aus wie Kacke. Und weiter geht's. Wenigstens ist das Spiel, wo ich bin. Ich habe ein Stück aus meiner Lippe rausgebissen. So, hallo, Kappen. Nö. Mach dich klein, Holz. Hier, gib her. Einer. Geht bei den Schlaftreib von fünf Sternen. War ja echt so gut. Die, 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 die. Der kommt nicht hoch. Alle, hopp. Machen wir ne drei. Also doch, äh, noch besser als vorher. Jeder weiß, je weniger, äh, Punkte man gibt, desto besser ist der, äh, Schlaf. Ja, heute, irgendwie ist es heute mit Schlaf bei allen nicht so gewesen. Es liegt wahrscheinlich am Wetter, oder dass wir alle komplett gehirngewaschen sind. Hier, die wir geimpft sind. Hilfe, der Baum, der Baum, der Baum, kommt. Hallo, Baum. Ich bin hier drüben, Baum. Komm her. Okay. Kann das mal bitte einer klippen? Das war der dümmste Tod, den ich heute hatte. 69. Ja, ab jetzt darf ich nicht mehr sterben. Hallo, Baum. Und weg mach ich. War ungefähr bei zwei Stunden fünf. Muss ich mir mal merken. Kann ich selbst klippen. Äh, Stift, Papier. Äh, Entschuldigung. Klipp. Zwei, Doppelpunkt, 0, 5. Wird dann schon irgendwie merken, was das ist. Hm, lalalala. So. Bäumchen, Bäumchen, Hallü, Hallüchen. Du gehst weg. Also das Pfeil hier unten ist schon von der Geschwindigkeit nicht schlecht. Danke, Knuff. Du machst immer die besten Clips. Yay. Äh, ich will nicht schon wieder beide haben. Au. Äh. Wir haben heute bei 50 Toten angefangen. Äh. Jetzt sind wir bei 70. Haben wir Progress? Äh. Wir haben einen von diesen großen Monstern gekillt. Also das viel, was hier unten ist. Kann man das als Progress bezeichnen? Zum Glück verlieren wir hier nicht viel. Jedes Mal 200. Ja, aber wenn du wieder komplett zurückgesetzt wirst an das letzte Feuer, das ist halt kein Progress. Sehr gut, Chris. Pass auf, äh. Du warst zu langsam. Oh. Langsam ist auch gut. Nein, das ist meine Energie, die will ich haben. Da ist Bäumchen. So. Äh. Boah, du hast ne alte. Ach. Gila Moos Club mit Blümchen. Ja, die hat schon, äh. Eigentlich die Maus permanent über den, ähm. Ich mach nen Clip Button. Hey Leute. Tschüss Leute. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Ist doch auch bloß ein ganz normaler Baum. Jep. Nicht nur du. Nee, es war noch nicht alles. Das ist ja zweiter. Clip, 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 clip. Jetzt sind wir bei 700. Ich bin zu blöd, um hierher zu kommen. Seh dich. Wie kannst du gut stackern? Ohne Lila Moos klumpen. Uff. So. Bis auf die große Seele war jetzt hier nix. Dich da durch. Durch die Nebel schreiten. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Nehm gleich schon mal das große Schwert. Nehm das zweihändig. Heile mich nochmal. Und dann geht's ab durch. Wer bist du? Wo bist du? Warum bist du? Ech. Nicht wer bist du, wo bist du, was bist du, sondern, äh, einfach bloß das Mistel-Level-Gebiet. Nein. Umbaum? Wer bist du, baum? Umbaum? Ähm, wir bist du. Hallo. Hallo. Trink. Du bist langsam. Ähm. Jetzt mich auch langsam. Was war denn das? Nein, oder? nicht 700 nicht 7071 71 wahrscheinlich bin ich die bin ich den drachen ich bin es nicht mehr gewöhnt weil ich jetzt eine schnellere waffe habe wo ist instawods instawods air auch mal lila am ruf das item da drüben komme ich höchstwahrscheinlich erst später ran genau das also glatt in der flotter hoffloff du bist die klippkönigin sie dich da den peitschen kann man anscheinend nicht ausweichen neue waffe und seniore stein gesicht hier bist du ja war noch nicht mal was besonderes ab jetzt nur noch mit falkion gegen die was war das bäumchen wir haben doch ich trinke kurz was dann haben wir ich ich so da 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 benutzen benutzen muss ich auch darauf passen was hier am baum klebt jetzt ist richtig der baum aber noch so ja nie räumchen sind schneller räumchen hallo ritterchen kommt es gerne mal her mit einem kumpel ich will da weg ich will nicht wieder langsam sein ich war doch außerhalb der reichweite mein lieb dich ja dazu müsste ich allerdings wissen wann ich es abpassen muss selbst springen kostet ausdauer so jetzt werden wir gleich sehen ob die großen stein üppis trotzdem noch wieder kommen ja ich glaube ja oh da vorne gib mich das Zeug ich bin halt ein Bob ich weiß halt nicht wann ich ausweichen muss wann nicht so guck du siehst mich schon komm her komm her du erschreckst mich nicht nochmal wie das Zeug ist die mal von mir abhauen müssen ich glaube hier unten ist bloß der eine stark weil nämlich jetzt gerade auf mich zukommt so die sind alle weg kräftige ich auf weg bin ich so durch mein steinmann mit gern ein bisschen mehr platz ja macht du den zauberlichen noch ein tränkchen oder zwei ich weiß nicht 5.70